herzlich willkommen bei free spirit tv dem sender jenseits des mainstreams heute bei mir zu gast mein namensvetter bruno ernie er ist energie coach top speaker und autor der bücher jenseits der logik und ich sehe deine seele es wird auch so spannend bleibt dran hier noch eine nachricht in eigener sache free spirit tv ist eines von mehreren projekten des free spirit bewusstsein trainings dieses training ist ein hervorragendes konzept für menschen die einfach mehr vom leben wollen wenn du dich nach etwas sehnst sei es dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher gesünder oder nach einer tollen beziehung wenn du dich beruflich auf deine vision konzentrieren und noch so einiges anders verwirklichen möchtest dann empfehlen wir dir von ganzem herzen das free spirit bewusstseinstraining du findest es unter www.freespiritinfo.com ah ja und noch etwas da immer mehr alternative kanäle im internet unterdrückt werden wissen wir nicht wie lange wir dort noch senden können für den fall dass die uns das licht abdrehen sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unsere newsletter auf freespirit-tv.ch danke und schön dass es dich gibt herzlich willkommen bruno also kommen schön dass du da bist dankeschön danke dass ich da sein darf gerne gerne du bist ehemaliger versicherungsprofi ja wie kommt es dazu dass du dich auf den bewussten weg gemacht hast als energiecoach dich mit erfolg und spiritualität auseinandersetzt gab es da ein bestimmtes ereignis eine zündung wie so meistens wahrscheinlich bei so einem großen wechsel jetzt hatte ich 2007 einen schweren autounfall und das führte mich dann in diesen feinstofflichen bereich ich hatte fünf jahre schmerzen suchte da die lösung nach heilung fand die schulmedizinisch nicht kam da wieder in berührung mit meiner eher vergangenen feinstofflichen denkweise und tauchte dann da ein in diese feinstoffliche welt hast du dabei ein nato das erlebnis gehabt oder waren es die schmerzen die dich hauptsächlich also nicht so wie bei dir nein nicht ganz nahtod das war einfach für mich schwer weil ich wurde ausgebremst von einem auto ich fuhr mit 50 stundenkilometer in ein stehendes auto dass wir den vortritt genommen hat und das war dann für mich schon ziemlich deftig ich erinnere mich gut ich konnte nicht mehr mittag essen mit meiner frau habt abgemacht das auto war total schaden das andere und von diesem moment da hatte ich tiefe starke schmerzen ja also apropos frau ja du schreibst in deinem buch jenseits der logik übrigens sehr schön als cover gefällt mir gut danke du hättest dir deine frau bestellt ich nehme jetzt nicht an bei der schweizer post nein nicht ganz nein verzeihung nein nicht ganz ich hatte ich denke da sehr viel in gedanken und ich bin der meinung dass wir über unsere resonanzfelder vom denken her uns gewisse dinge konstruieren können und ich war 2003 war ich wieder single und hatte mal zuerst genug von den frauen und dann so mit der dachte ich mir also komm jetzt bist du wieder offen haben das buch von dr joseph murphy und darin stand du so als ob und da habe ich mir dann also so vorgestellt das wäre meine frau schon da sagen ich habe ein cover girl ausgeschnitten frau die fand ich klasse dachte ich so etwas soll meine frau aussehen klebte ich mir hin weil links vom monitor und dann habe ich mir dann am frühstück zwei kaffee rausgelassen eine für mich eine für meine frau ich habe also so gespielt das wäre sie schon da und ich könnte jetzt stundenweise hier erzählen was ich gemacht habe das ist grenzwertig aber die realität ist dann fünf wochen später haben wir uns kennengelernt und so sage ich immer auch an meine referaten ich habe meine frau bestellt also wie der buchtitel ja auch heißt jenseits der logik es war also mehr ein spiel der vorstellungskraft und 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 gedanken gefühle handlungen hast du das alles konzentriert auf diese vision quasi eine genau frau zu bekommen ja schlussendlich geht es ja immer nur um das gefühl das wir fühlen und von diesem gefühl ziehen wir an oft sind wir hat einfach in der angst und ziehen die angst an weil wir es nicht gelernt haben denke ich so zu denken dass wir eben das anziehen was wir wollen was ist denn das entscheidende beim denken wenn man sowas machen will also ich bewusst zu fokussieren also mal zu überlegen was will ich denn überhaupt und das sind den fokus auf das zielen was ich eben will die viele leute nehmen sich ja gar keine zeit zu überlegen was ich wirklich will sondern sie sind irgendwie im mainstream ich glaube das wort habe ich von dir auch schon gehört die lassen sich da einfach gleiten im leben und und es zieht sie mit anstelle mal auszutreten auszeit zu nehmen zu fühlen was will ich und sich einen plan zu machen was das herz will und da hilft halt die vorstellungskraft der fokus folgt der aufmerksamkeit vorstellungskraft ist stärker als willenskraft hier auszuklinken und im buch jenseits logik habe ich viele viele tipps darin wie man das umsetzen kann sind viele praxis tipps auch drin weil ich bin extrem ich lege viel darauf dass es funktionieren muss und zwar sehr einfach und es geht alles sehr einfach genau an den früchten erkennen wir die gute arbeit das weiß man mittlerweile und ich kann mir vorstellen dass jetzt viele sich denken ich möchte auch eine super schöne frau oder weiß gut wie zu mir passt wo kann man sich alles erschaffen oder gibt es grenzen also meine man kann ja sagen das ist ja alles nur fantasie eigentlich ja ja was ist fantasieren was ist realität gute frage philosophie ja es ist vieles möglich denke ich mal und wir grenzen uns selbst im geist ein ich glaube das wissen unsere zuschauer vermutlich hier auch dass wir uns selbst eingrenzen und ich habe das gefühl das zu erkennen und dann einfach den fokus zu öffnen das ist einfach sehr entscheidend aber wir werden ja schon so erzogen uns zu einzugrenzen das heißt da müssen wir uns schon in der kindland überlegen wo kann ich da ausbrechen um eben meine gedanken mal zu hinterfragen was wo grenze ich mich ein da muss ich mir bewusst werden und mich selbst mal reflektieren das heißt ich könnte mir aber im prinzip alles auch geld erschaffen erfolg erschaffen alles was ich will ja ich da grenzen wir uns ja wieder alles was ich will ich kann nicht fliegen vermutlich ich habe es noch nie probiert das wäre auch mit der vorstellungskraft dann könnte man sagen ja fliegt doch mal aber ich bin sehr stark der überzeugung dass wir in was wir reinlassen in unser unterbewusstsein vergleiche sie immer gerne die fliege ein gramm ist der verstand und 20 tonnen ist der elefant und wir sind alle spezialisten auf die fliege oder für die fliege und wir haben keine kenntnis oder wenige kenntnisse für den elefanten und hier gilt es einfach den elefanten zu füttern mit dingen die ich mag die ich will müssen gucken habe ich eben blockaden die muss ich lösen weil wenn ich so ein verstrickung habe ich möchte reich sein aber ich möchte nicht arrogant sein nicht das denken habe reiche die leute sind arrogant dann werde ich nie reich sein können weil das sind verknüpfungen das heißt also ich muss das ansehen auflösen und dann fokussieren ich habe einfaches beispiel wie werde ich selbstbewusst ja ich schreibe jeden tag auf was habe ich heute gut gemacht und so nähere ich den fokus des selbstwertes da muss ich also aktiv was tun wenn ich was will und dann fällt es mir zu das heißt also menschen die sich aufschreiben was sie falsch gemacht haben mit dem vorwand das kann ich dann verbessern konzentrieren sich auf die fliege ja unbedingt das auf den fehler und wir lernen ja schon in der schule also meine tochter kommt nach hause und sagt schau mal nur drei fehler und das tut mir im herzen weh also ich verstehe auch meine tochter nicht wenn sie mir etwas erklären will wo es ein nicht und kein drin hat also wenn sie irgendwie sagt beispiel heute konnte ich nicht in die bibliothek gehen sage ich verstehe ich nicht ich kann das nicht verstehen was du sagst was hast du denn gemacht ja der fokus legen auf das was man tut und meine tochter spielt dann natürlich mit und ja sagt ja papa du weißt schon was ich meine aber schön ist dann wenn sie zur oma geht und die oma sagt geh nicht auf den rasen dann sagt sie zu meiner oma du musst mir sagen was du willst dann spürst du dann die früchte werden die wachsen dort ja das ganz schön also die kinder müssen wir beeinflussen das zu sagen was sie wollen damit wir später im leben auch denken was wir wollen und uns nicht auf das fokussieren was wir nicht wollen und ich würde mal sagen die mehrheit der menschen fokussiert sich auf das was wir nicht wollen ja und das ist dann das resultat sehen wir im außen wie kann man denn mit einer methode so im alltag umgehen also die menschen zu hause zum beispiel womit könnten sie anfangen das mal auszuprobieren ob das wirklich funktioniert ja dass die emotionen sind ein guter glaube ich begleite wenn ich im stau stehe und mich ärgere muss ich mal erkennen dass ich mich überhaupt ärgere und da mal eine distanz aufzubauen man mich zu beobachten ah wer denkt denn da oh schau mal wie du denkst warum ärgerst du dich das zu hinterfragen ich stelle mir da auch immer gerne so ein netzwerk mit engel vor so rein philosophisch das mich beobachtet und wenn ich im stau stehe und der bruno ärgert sich ich meine mich dann habt der engel den fokus und sagt schau mal der bruno will mehr davon und zwei wochen später im supermarkt stehe ich an der kasse an uns hat wieder am meisten leute das liegt an unserem namen das geschieht mir dauernd ja aber das ist unser resonanzfeld oder das müssen wir uns wenn wir wenn etwas nicht gelingt dann müssen wir hingucken warum ist das so ich sehe da samen und das resonanzfeld ist zeitverzögert wenn ich was fallen lasse den felsen auf den boden das kann ich verstehen das gesetz der schwerkraft das gesetz der resonanz ist zeitverzögert fünf sechs wochen später erhalte ich das und wenn ich angst habe nähre ich das resonanzfeld und ich erhalte das zu fast hundertprozentiger sicherheit gut jetzt kann ich mir vorstellen dass viele die zuschauen jetzt gerade sich denken dass mit der kasse das kenne ich wie könnten die das jetzt ändern ab sofort gut also dankbar sein die dankbarkeit kennen wir auch wieder überall das wird auch von vielen tollen reden erzählt oder oder coaches aber das dankbarkeitsgefühl das ist schon wichtiges gefühl weiter gehe ich in die entspannung rein und wenn ich entspannt bin dann habe ich eine resonanz zur entspannung und dann ist es erstens ist es mir egal wenn ich anstehen muss zum einen weil ich nehme mir diese zeit für mich weil ich mich da vielleicht erben kann ich kann gute gedanken aussenden und die realität ist dass wir oft dann plötzlich einfach in einen flow kommen wo wir uns nicht erklären können warum das plötzlich so einfach geht und das ist der krux ja der verstand und das herz arbeiten dann wie zusammen und das herz hat mehr zugang zum bewusstsein und es fließt einfach einfacher ist das vielleicht gemeint mit wir sollen eins werden das klingt gut das könnte auch von dir sein denke ich ja oder von uns also gut du hast jetzt erwähnt vorstellung denken gefühl ja sind das die drei haupt komponenten oder fällt da was ja ich würde mal sagen unser denken löst ein gefühl aus unser denken löst eine emotion aus und können wir auch ein beispiel machen stell dir mal vor du hast ein teller voll deine lieblingsmahlzeit ja schokolade schokolade gut du machst schokolade ich auch du nimmst die schokolade führst sie zum mund und das löst ein tolles gefühl aus der körper reagiert und du isst die schokolade du machst die erfahrung wow schokolade ist gut und du denkst schokolade ist gut also wir haben hier einen kreislauf wenn wir jetzt ein teller voller zappelnde würmer uns vorstellen so eklig braune nehmen wir die gabel tauchen ein das gesicht zieht zusammen wenn du dir das vorstellst du beißt da hinein und schmeckst das ist aber gut du machst eine neue erfahrung und beginnst zu denken hey eklige braune würmer sind gut dein umfeld werde ich nicht verstehen aber du machst eine neue erfahrung denkst neu anders das heißt also die schlaufe ich nenne sie die einstein schlaufe so kannst du deine realität verändern du greifst irgendwo in deinen punkt ein ins denken in die emotion du machst eine erfahrung über den körper was du am körper erfahren hast macht eben erfahrung was du erfahren hast das glaubst du und glaubenssätze zu ändern das ist entscheidend für eine veränderung im leben das heißt ich muss neu denken viele menschen die ich frage willst du eine änderung sagen ja ich möchte eine änderung und wenn man dann sagt möchtest du dich ändern sagen viele nein das möchte ich dann doch nicht aber das ist der anfang ist immer mit mir selbst muss ich ändern wenn ich das außen ändern will muss ich mich ändern kann ich auch zum beispiel anstatt jetzt beim denken anzufangen etwas zu ändern auch bei der handlung zum beispiel anfangen unbedingt also kannst irgendwo einsteigen spiel das endlich keine rolle weil wenn du anders handelst du beginnst ja auch mit einer entscheidung anders zu handeln beginnt sich das ganze rad zu verändern das ist das schöne daran und was mache ich jetzt zum beispiel wenn ich mein lieblingsessen schokolade nochmals hernehmen und ich es das und der erste gedanke ist aber es macht dick das ist die botschaft dann würde ich dir raten ja bei dir war wie hast du das gemacht also bei uns gell nee aber dann wäre die botschaft die eigentlich ich gönne mir das das positive suggerieren die emotionen haben eine tiefe wirkung menschen die nicht abnehmen können das gibt es das ist ein großes spektrum vielleicht zu groß hier zum diskutieren aber wir sollten ja auch nicht fernsehen gucken und essen die die emotionen haben die lösen was aus beim essen also ich gönne mir diese schokolade und eine belohnung das soll es sein und nicht die bestrafung das macht dick jetzt kann ich mir aber vorstellen dass sich einige denken ja das ist doch im prinzip selbstbetrug man 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 macht sich vor als würde es jetzt nicht so sein aber im hinterkopf hat man ja ständig doch das was man gewohnt ist oder ja ich verstehe das auch das ist dann der kritiker oder der verstand der wieder aktiv wird aber ich möchte jeden zuschauer mal die die möglichkeit geben dass eine weile zu testen und meine erfahrung ist einfach die leute hören zu früh auch wenn sie veränderungen wollen das braucht eine gewisse zeit ja ich habe verschiedene experimente gemacht mit mir selbst ich habe glaubenssätze mir suggeriert jeden morgen jeden abend das habe ich fünf sechs wochen gemacht und dann gab es eine veränderung das war damals das resonanzfeld habe ich 2014 verändert 2012 war ich fast pleite und musste dann auf einen seelenweg gehen 2014 habe ich was gelesen das steht auch im buch habe das umgesetzt und habe fünf sechs wochen daran habe ich täglich gearbeitet und dann kamen dann habe ich früchte und das ist wichtig dass man dran bleibt und leider hören viele zu früh auf sie wissen aber sie machen es nicht das heißt also die meisten menschen scheitern daran dass sie zu wenig ausdauer haben und dass sie vielleicht falsch denken oder fliegen denken so zu sagen falsch was ist falsch denken es wäre eine bewertung aber ich denke es gibt eine möglichkeit ins elefanten denken einzutauchen und das kennenzulernen ja fliegenfutter haben wir genug also das heißt auch die medien konsumieren wir eigentlich ein bewusst hier bewusst zu filtern was nimmt mir energie was gibt mir energie was sieht meine energie rum dann ich denke negative informationen sie mich runter ich bin da ich konsumiere überhaupt keine nachrichten ich lese keine zeitung keine nachrichten im radio schalte um also wenn ich höre zum beispiel und jetzt noch die was habe ich neulich gehört im radio und jetzt noch die schreckensmeldungen im radio sorry da muss ich umstellen ich will das ja nicht breaking news ja für was was macht es mit mir und wenn es schlimm ist dann erfahre ich das sowieso über meine freunde meine familie die können mich ja dann warnen meine schwiegermutter sagt immer du kannst doch nicht den kopf in den sand strecken sagt doch das tue ich ja weil was bringt es mir wenn peru ein auto stürzt ein kind zerquetscht ist das kann ich ja nicht helfen ich muss informationen haben wo ich helfen kann dann bin ich da also man muss auch wissen welches wissen man nicht braucht nicht nur welches man braucht ja und das meinte ich übrigens mit falsch richtig und falsch jenseits von bewertung für mich ist falsch dass wenn ich was tue was mich nicht dorthin führt wo ich hin will ja ja also wenn einer dorthin will ist es gut wenn es falsch macht dann kommt er dorthin ja das macht die erfahrung die ist auch sehr wichtig klar ja das heißt also wir sollten ein bisschen mehr experimentieren im leben und ich weiß viele menschen möchten gerne noch glücklicher und gesünder sein als sie sind wie fange ich da an zum beispiel ich will jetzt einfach topfit sein richtig gesund aber ich gucke gerne fern und ich esse gerne schokolade und kann mich nicht überwinden wie würde ich jetzt in so einem fall mit mir umgehen müssen dass das funktioniert also ich würde auch hier die aufhängigkeit wieder distanzieren kann ja auch glücklich sein wenn ich schokolade esse schokolade macht ja auch glücklich das gibt untersuchungen man muss einfach mit uns teilen das ist klar ja klar auf jeden fall das haben sie ja gewusst die zuschauer ne aber das ist was macht mich glücklich glücklich macht mich wenn ich dem ruf des herzen folge wenn ich da eintauchen kann und mir wirklich die zeit nehme eben auf mein herz zu hören was will ich hier im leben wirklich und wenn ich nur aufs essen gucken nur das glücklich macht oder ich hatte früher auch die these höher schneller weiter als nicht ich habe 17 jahre bei bei versicherungen gearbeitet da war auch klar der umsatz den fokus höher schneller weiter neues auto jedes jahr und so weiter das ist ego futter ja aber was willst du wirklich im leben im leben willst du eigentlich ankommen glücklich sein und wenn wir jetzt ein bisschen ins zweite buch einrutschen ich sehe deine seele die seele ist ja ich habe noch nie eine seele gesehen die geld möchte eine seele möchte ein gefühl erleben und dass wenn ich das erleben kann das gefühl was meine seele will dann bin ich glücklich dann bin ich auf meinem weg doch das lernen wir leider nirgends in der schule also noch mal auf deine frage wegen den glücklich und schokolade und so weiter schokolade kann unterstützend sein aber soll das herz ist der richtige weg was das herz will das heißt also wenn ich wenn ich jetzt fitter werden will zum beispiel und ein bisschen im kopf schon mal denke bis sport wäre nicht schlecht ich kann mich aber nicht überwinden dann würdest du einfach was würdest du machen ja gut da gibt es natürlich verschiedene methoden jetzt bewegung jedem körper braucht 10.000 schritte im tag gibt es ja studien da fangt man besten mit kleinen impulsen an ich schreibe buch jenseits der logik ein beispiel wie man sich selbst in diese situation führen kann für eine veränderung da muss ich klein anfangen ich schreibe da zum beispiel drin dass man wenn man da jetzt joggen gehen will spazieren gehen soll man nur die jacke anziehen oder den jogging anzug anziehen sich im spiegel betrachten und sagen morgen geht's los wieder ausziehen schokolade nehmen das ist kein witz und dich belohnen mit was und dann nächsten tag sie so wieder jogginghosen an gehst vor die tür und gäst wieder rein schokolade nehmen du fütterst dein hirn auf konditionierung du änderst dein verhalten übernächsten tag jogginghose anziehen vor die tür gehen 100 meter 100 meter zurück und dich belohnen du baust dein verhalten so um und aus das kannst du adaptieren auf alles wie menschen haben oft große ideen und scheitern weil wir es nicht tun weil die zu schnell zu weit wollen wichtig ist dass wir beginnen also lieber unperfekt begonnen als perfekt gezögert das ist nicht von mir dieser satz aber ich finde genial und viele denken sich das schaffe ich ja eh nicht und tun es nicht das ist eine tolle möglichkeit weil alle großen ideen sind ja entstanden weil man es tut wie weit verbreitet ist diese art von selbstentmutigung bei den menschen was denkst du da dass sich die leute sagen es geht nicht kann nicht ja wir werden ja auf die fliege gefüttert haben jetzt herausgefunden und ich kann mir gut vorstellen dass eine gute frage 90 prozent noch mehr 95 prozent der menschen kommen doch es gibt eine studie von harvard 95 oder sogar 97 prozent der menschen kommen nicht ins tun drei bis fünf prozent kommen ins tun dann brauchst du durchhalte wille und das ist viel oder das heißt also erfolg ist nicht unbedingt von der ausbildung notwendig gar nicht hast du studiert ich habe das leben studiert wie du also ich sage ich könnte ein zertifikat geben und du mir eins gegenseitig ich sage immer studieren ist ist sehr wertvoll wissen aneigen das ist wertvoll machen wir beide wahrscheinlich täglich jetzt immer noch und ich sage das auf wie verrückt schlussendlich ist für mich der praxisbezug sehr wertvoll ich habe in meiner zeit bei der versicherung viele experimente gemacht mit kunden wie kann ich die beeinflussen alleine mit meinen gedanken habe ich zwei anträge hingehalten versicherungsanträge und habe mir überlegt habe ihm mental gesagt du wählst den links das ist besser für dich das heißt ich habe den geist beeinflusst jetzt kann man natürlich aufschrecken sagt wo das manipulation beide optionen wären gut gewesen hat frei gewählt aber die statistik zeigt dass ich da eingreifen konnte in diese realität ich habe dann viele experimente ab mit freunden gemacht mit kollegen immer wieder dachte aber mein gehirn zuerst das ist doch zufall oder dass ich da eingreifen kann und irgendwann ist die häufigkeit so groß gewesen das war kein zufall mehr das geht nicht das heißt ich kann auf meine materie eingreifen das heißt immer diese große angst die uns gemacht wird wir dürfen nicht manipulieren hat vielleicht ganz ein anderer hintergrund nämlich dass wir auch nie darauf kommen dass wir uns selber in der eigenverantwortung unsere eigene realität erschaffen können das hast du ganz schön gesagt genau grenzen wir uns ein und es gibt natürlich viele organisationen die möchten nicht dass wir frei denken frei denken der menschen haben unangenehme gedanken aber es gilt die menschen aufzurütteln sagen doch mit vielen guten literaturen können wir uns einfach in unser leben in unserem leben bewegen dass es uns gut geht das vorhin so schön gesagt den weg seines herzens gehen das wäre die lösung für die menschen aber jetzt kommen dann wieder ein paar andere die sagen ja wenn das jeder tun würde hätten wir im chaos was meinst du das ich liebe das chaos warum die natur das ist ja kein chaos ist ein geordnetes chaos und ich habe das gefühl wir möchten gerne die erde strukturieren ja wenn ich nur ja kann gucken dass jede straße gerade das sieht ja cool aus und wir richten die bächer gerade aus und das tut meinem herzen weh als das ist ja verrückt oder das wäre wie wenn wir sagen müssen die bienen dürfen nur noch gerade fliegen als verrückt und das finde ich nicht der richtige weg der richtige weg denke ist wenn wir uns auf unsere impulse hören was hier raus sprudelt und wenn du ein kind trösten muss dann musst du nicht einen zettel holen sagen punkt 1 punkt 2 punkt 3 sondern das läuft intuitiv und ich meine die mutter hat die beste verbindung zum kind und macht das alles automatisch richtig da muss man nicht eine ausbildung haben sondern hört aufs herz nimmt in den arm und die natur die energie des menschen die wir haben regelt sehr sehr viel verstehe ich das richtig chaos ist für dich lebendigkeit chaos ist lebendigkeit ich habe schon auch gerne ordnung das ist ganz klar da komme ich ja haben wir auch schon erwähnt aber das ist chaos ist wie soll man das jetzt bezeichnet chaos ist lebendigkeit chaos nicht in der norm das finde ich passt besser nicht in der norm ich habe nicht bin ich gerne in der norm eine seele hat keine normen jeder ist individuell jeder ist einzigartig und auf diese einzigartig eintauchen das finde ich wertvoll jetzt möchte ich nochmals zurück kommen zu deinen schmerzen ja ich habe nämlich bei der recherche ein bisschen geforscht was du so machst und so übrigens ganz tolle geschichten wir haben da sehr viele parallelen da habe ich einen vortrag gesehen riesengroßen vortrag vor ganz viele menschen und dort lautete der titel in 60 sekunden schmerzfrei das wollen wir alle wissen provokativ g ja ich liebe das jetzt aber raus damit ich freue mich sehr vor ihnen zu stehen ich habe das wie oft visualisiert oft das kann nur gut kommen viele fragen mich ja wie muss ich denn richtig visualisieren ja sie haben sich das vielleicht auch schon gefragt habe ihnen dazu ein bild mitgebracht schauen sie mal muss ich denn so gucken ja nein nicht ganz sie werden wir holen ein bisschen aus weil für das visualisieren braucht es ein basis wissen das müssen sie kennen sie müssen meine welt verstehen meine welt ist jenseits der logik und visualisieren ist jenseits der logik aber warum gelingt es vielen kindern so klasse zu visualisieren und uns erwachsenen menschen fällt das manchmal schwer ich habe dazu ein bild für sie weiter und das bild hier spricht für sich man hat schon gesagt in der schule werden wir auf die logik getrimmt und es gibt eine deutsche studie aus dem jahr 2013 die besagt dass 97 prozent aller kinder vor der schule hoch intelligent sind nach der schule sind es nachweislich zwei bis drei prozent das ist kein witz warum ist das so weil wir uns in der schule mindestens neun jahre jeder hier uns auf die logische seite fokussieren was hat ihr hirn gemacht sich auf den fehler fokussiert und beim erfolgreichen visualisieren ist es genau so wir fokussieren uns auf das was wir nicht wollen und wundern uns dass wir das erhalten was wir nie wollten sagen sie mir ganz spontan eine farbe schnell dankeschön schnell eine blume super musikinstrument so was werkzeug hammer das ist der hammer ja gut ich wollte aber wissen wo sind die wirklichen grenzen interessiert sie das ich habe eine provokative aussage und behaupte schmerzfreien 60 sekunden gehen natürlich nicht immer aber wie mache ich das und ich verrate euch das ist wirklich ein persönliches geheimnis das ich eigentlich nicht teile heute das erste mal ich fokussiere mich auf das und stelle es mir empathisch vor und verändere es in meinem kopf wie ich es gerne hätte das ist alles ich lade sie ein das auszuprobieren und wenn ich sage knieschmerzen zum beispiel zu 90 prozent weg zu haben geht es genau so ich umarme das knie fokussiere mich auf das knie sehe was drin ist und verändere das in meiner kraft der gedanken und ich habe das für sie in einem einzigen wort zusammengefasst ich nenne das juhu juhu ich wünsche ihnen in ihrem leben viele viele juhus es hat mich sehr gefreut vor ihnen zu stehen bis bald tschüss also über die aurachirurgie was wir mit der quantenphysik erklären können können wir uns im prinzip im vis-a-vis einklinken und wir können eine selbstheilung auslösen die sofort wirkt und gerhard klügel der das ausgeklügelt hat vor 15 20 jahren hat das mit aurachirurgie bewiesen ich habe dort die ausbildung gemacht viele ausbilder natürlich diesbezüglich gemacht und das kann man darüber machen also zum beispiel knieschmerzen ein klassiker oder je nachdem schmerzen es geht nicht immer muss man auch sagen aber ich liebe provokation ich liebe provokative titel schmerzfrei in 60 sekunden das geht aber sehr oft ich habe eine praxis in winterthur seit 5 jahren wo wir das täglich praktizieren wo menschen mit blockaden kommen aber du bist ja schon im klaren dass es jetzt leute gibt die sagen da will ich hin und was habe ich gesehen über monate ausgebucht ein halbes jahr ausgebucht wir sind jetzt dran mein wissen quasi so einfach zu adaptieren dass wir das weitergeben können dass wir du musst den menschen ja nicht die fische fangen sondern du musst den menschen lernen zu fischen und das ist mir ganz wichtig dass jeder sein eigener guru sein kann da gibt es einfache dinge und ich glaube das universum ist eigentlich zwar komplex aufgebaut aber die lösung ist oft einfach und ich möchte mit meinem wissen helfen einfache lösungen zu geben ich bin kein arzt oder doktor ich bin ein normaler mensch wo die resonanz des menschen liegt gut das dürfen wir schon infrage stellen mit normal also aber wir können eingreifen in resonanzfelder und ich habe da eine gewisse erfahrung die ich weitergeben möchte und das ist ganz ganz wertvoll und was ist denn das ich sage mal das beeindruckendste was du in deiner praxis schon erlebt hast wo du selber vielleicht gedacht hast das hätte ich nicht gedacht das beeindruckende das sind jeden tag beeindruckende Momente wo liegt mein Fokus ja wenn jemand mit knieschmerzen kommt meine Verlegerin hatte knieschmerzen und die wollte natürlich dann auch eine Demo Sabine Giger und sie hat seit dieser Demo keine knieschmerzen mehr das ist ein super Beweis für sie für mich sind beeindruckende Momente wenn zum Beispiel jemand einen Schmerz einen inneren Schmerz eine Blockade nicht loslassen kann einen Groll nicht loslassen kann und er dann merkt nach einer Behandlung über die Seelen Chakra Seelen Chakra ist das schwebende Chakra oberhalb von uns wenn wir dort eingreifen und wir lösen das innerhalb von wenigen Sekunden auf und er spürt innerlich es ist weg es ist nicht mehr da das ist doch beeindruckend das finde ich immer wieder tief beeindruckend ja das ist eine Demut die ich verspüre weil das möglich ist das unglaublich und jetzt machst du ja etwas was den meisten sag ich mal von uns nicht gelungen ist du arbeitest im Business Bereich genauso wie im Spirituellen und kannst das so verknüpfen hast du wie machst du das dass die sag ich jetzt mal die Business Leute auch diese spirituellen Aspekte von dir so gut annehmen können also ich bin ich ich bin die Marke Bruno Erni und ich glaube das ist ganz wichtig dass man mich spürt ich habe auch es führt ein bisschen zu weit aber ich habe auch mit einer PR-Firma zuerst was anderes konstruiert und so aber warum mir das gelingt ich bin der Meinung dass wir alles über die Macht der Gedanken einstufen können das hat also nichts mit Esoterik, Spiritualität zu tun sondern ich ziele in die Kraft der Gedanken die Gedanken haben wir alle da können wir uns nicht ausschließen und in dieser Gedankenwelt können wir uns aber fallen lassen jeder kennt die Meditation das heißt wir können die Gehirnfrequenz reduzieren und wenn wir die Gehirnfrequenz reduzieren dann können wir in diese Ebenen eintauchen die wir alle auch kennen und das ist egal ob es ein CEO ist von einer Firma oder ob es eine irgendjemand ist das ist ich möchte das nicht bewerten aber es gibt den Zugang für alle Menschen also mache ich Referate in Firmen Krankenkasten Banken Versicherungen für das Thema Kraft der Gedanken erzähle da die Geschichte wie ich meine Frau bestellt habe und so weiter und was wir da alles machen können wie wir mit der Kraft der Gedanken mehr verkaufen können oder Kunden anziehen können und ich habe eine Praxis in Winterthur wo die Menschen Blockaden haben Schmerzen haben und wo wir über dasselbe Prinzip wiederum Blockaden lösen um in die Gesundheit zu kommen das macht mich glücklich und gesund und schlussendlich ist das eine tolle Ergänzung das heißt ich klinke mich nicht in der Spiritualität ein sondern beim Thema Kraft der Gedanken also du verknüpfst im Prinzip Körper, Seele, Geist genau jetzt dein Buchtitel Ich sehe deine Seele zwei Fragen ja wie machst du das oder wie siehst du das und was was liest man denn so in den Seelen der Leute total spannend ich möchte manchmal mein Seelen teilen ich finde das so faszinierend ich habe das ja auch mehr oder weniger zufällig gesehen ich war schon als Kind immer ein bisschen hellhörend so hellwissend und so das weiß ich nicht von ungefähr aber das habe ich mir erarbeitet das war auch wegen dem Autounfall las ich irgendwo mal im Buch dass die Seele oberhalb von dir ist und irgendwann musste meine Frau hinhalten dann sah ich auch so eine imaginäre Wolke und ich dachte toll was mache ich jetzt damit ich wusste gar nicht ich war völlig überfordert und stellte dann fest ich muss Fragen stellen um Antworten zu erhalten kennen wir alle und so habe ich mir dann ein Ernieradar erstellt über den Laufe der Jahre dass ich mir gesagt habe gut die Seele ist das Zentrum unterhalb der Seele kann ich Glaubenssätze lesen links kann ich deine private Situation angucken in der Mitte die Gesundheit und rechts das Geschäft und da kann ich mir einfach ich zeige mir mal wie viel Druck hat der Mensch lasse ich mir das mal anzeigen und dann tauche ich eben in die Fragen des Klienten ein also ich bin ja nur ein Dolmetscher deine Energie und nichts weiter und da kommen Bilder die wir zu entschlüsseln versuchen also ich weiß dann eigentlich also ich weiß immer was es bedeutet und das kann man aber lernen das ist nicht so ein Geheimnis das lernen wir auch in meinen Seminaren an einem Wochenende also das ist verrückt also brauche ich keine mystische Ausbildung vorab oder jahrelange Meditationspraxis kann das jeder ja das höre ich immer wieder dass ich meine spirituelle Geschichte vererbt bekommen habe von meiner Großmutter ich finde das super und ich finde das toll wenn das jemand sagt meine Erfahrung ist dass wenn wir unsere Gehirnfrequenz reduzieren dass wir alles sehen können das braucht bei den einen manchmal eine Unterstützung mit Musik oder Klangschale dass ich da eintauchen kann aber in meinen Seminaren 90% der Teilnehmer können nach zwei Tagen unbewusste Gedanken lesen und die Seele lesen das finde ich doch beeindruckend und gibt es Unterschiede bei den Seminaren ob es das Businessleute sind oder ich sage jetzt mal schon spirituell angehauchte dass die einen das besser können als die anderen ja das ist wie wenn du Klavier spielst die einen haben Talent die können sie einfach oder das Interesse ist da wenn der Mann mitkommen muss ist nicht so optimal kennst du ja das können wir aber wenn Talent das Talent ist natürlich und das Interesse und die Fähigkeit das hat natürlich einen großen Einfluss ja das muss das muss auch nicht jeder können aber auch da wäre es im Prinzip so Übung macht den Meistern unbedingt ja vielleicht ist es unser Talent hier in diese Bewusstseinsebene einzugreifen damit sie eben andere Menschen verstehen können dass wir es erklären können es wollen sie auch nicht alle verstehe ich ja auch es wollen auch nicht alle Autofahren aber manchmal liebt man ein Taxi oder dann nimmst du ein Taxi von A nach B wichtig ist dass du dich bewegst es ist immer gut wenn es irgendeiner gibt der es kann genau absolut jetzt wieso schaust du immer da oben links oben rechts bei mir ne ne also ne ne also das ist etwas muss ich immer sehr gestehen das ist immer sehr sehr persönlich ja ich wurde da auch schon komm sag mal vor der Gruppe irgendwas und das sind sehr persönliche Geschichten die berühren tief im Herzen ich möchte die eigentlich nicht mit Menschen öffentlich teilen weil das auch verletzen kann ja das ist meistens sieht man ja Druck oder ein Unwohlsein oder Orientierungslosigkeit oder ähm dann siehst du das immer auch zu Hause oder wenn du nicht Freund bist nein das kannst du ausmachen ja ich habe meine Familie gesagt die Familie lese ich nicht mache ich wirklich nicht weil sonst gibt es einen künstlichen Druck ich habe einen guten Freund den ich regelmäßig sehe der hat auch immer das Gefühl ich lese ihn sage ich ich habe den Vorrang geschlossen das knipse ich aus ich bin ein normaler Mensch und das möchte ich auch nicht aber ich gebe es zu manchmal wenn ich eine Situation habe wo ich finde jetzt ist es nötig dann gucke ich mal rein dann verstehe ich den Menschen aber auch ich gebe ein tolles Beispiel haben wir noch Zeit ja sicher wir haben ewig Zeit ich habe ein tolles Beispiel hier erlebt in den Ferien in Dänemark da waren wir haben wir ein Häuschen gemietet am Strand und neben dem Häuschen hat es einen Campingplatz und da wollten meine Kinder hin ich habe drei Kinder und da gingen wir rein und da hat es einen Minigolfplatz und dann suchten wir die Schläger und dann gingen wir in ein Haus da stand nur für Campingplatz Mieter wir guckten raus an niemand da okay gehen wir raus spielen genau und das kennst du sicher Kaffee bist du alleine plötzlich sind ganz viele da ja und so war es beim Minigolfplatz plötzlich waren ganz viele da und wir dachten wo kommen denn die Leute her und da kam eine Frau auf uns zu so einem stampfenden Schritt und ich sagte schon das ist nicht so gut dann fragte sie was ist ihre Campingplatz Nummer und ich kennst du wahrscheinlich auch sollst du jetzt lügen sollst du die Wahrheit sagen wir wussten wir dürfen hier nicht spielen oder oder sollst du irgendwas fantasieren guckte meine Tochter an wusste nein du musst Vorbild sein ehrlich okay sagte wir sind von drüben Haus nebenzu wir haben hier keinen Platz dann sagte sie ja ist nicht für uns sofort aufhören und gehen gut meine Tochter spielt noch schnell fertig und wir gehen sie geht zu einem Chef der Chef kommt auf uns zu noch stampfender und sagte verlassen sie jetzt diesen Minigolfplatz jetzt und das war so ziemlich ein Appell oder und ich dachte mir der Mann hat auch keinen Anstand meine Tochter spürte die Schwingung deutlich und wurde sehr nervös und ich sagte dem Mann nur noch schnell einlochen meine Tochter und dann gehen wir aber meine Tochter wurde so nervös das dauerte viel länger so endlich eingelocht wir gingen nach draußen gaben die Schläge ab gingen nach draußen auf dem Draußenweg Spielplatz immer noch auf dem Campingplatz meine Kinder kletterten auf den Campingplatz auf den Spielplatz ich sprach mit meiner Frau und sahen links den Mann wieder kommen und da wurde dann richtig laut und sagte verlassen sie jetzt diesen Campingplatz jetzt ja so und unsere Emotionen waren da wir sagten nichts gingen weil wir waren im Unrecht und gingen dann ins Haus und da musste ich diesen Mann lesen warum hat er so reagiert und dann saßen wir so zusammen ich klinkte mich ein und sah der Mann wollte einfach seine Seele wollte das Gefühl fühlen die Familie zu beschützen und das hat er exzellent gemacht seinen Campingplatz Besucher war seine Familie und das hat er exzellent gemacht und so konnten wir diesen Mann sehr gut verstehen und wir haben heute noch den Running Gag wenn wir zu Hause sind unser Sohn am Essenstisch sitzt und kommt nicht an die Marmelade dass er sagt Papa kannst du mir die Marmelade geben jetzt und da müssen wir alle lachen so das kleine Geschichte aber da klinke ich mich dann ein zum Lesen Verstehen und da verstehen wir den Menschen auf höchste also da bin ich ja froh reagiert er so eigentlich ich war einfach auf der falschen Seite ja wie wichtig ist Integrität in deiner Arbeit Integrität was verstehst du darin ja eben Aufrichtigkeit Wahrhaftigkeit Ehrlichkeit sehr sehr ja ich glaube es gibt eine Studie dass wir alle Menschen täglich lügen ich versuche ich gebe wie soll ich das sagen ich versuche nicht zu lügen ich versuche ehrlich zu sein und sehr aufrichtig zu sein auch gegenüber meinen Kindern weil die zweitausender Kinder sehr viel fühlen sehr empathisch sind und wenn du das sagst aber das Kind fühlt das dann stimmt die Realität nicht und Kinder können das nicht verstehen und auch der Partner kann das nicht verstehen es ist ganz wichtig dass wir an die Kinder glauben und ehrlich sind das heißt du meinst man kann auch mit ehrlichen Geschäften erfolgreich werden unbedingt ja ist doch mal eine gute Botschaft das Herzgeschäft ist ehrlich ja und ich glaube diese Menschen haben es leichter und ich glaube es geht wahrscheinlich auch dann leichter wenn man seinen Herzensberuf vielleicht gewählt hat viele Menschen suchen ja immer noch ihre Lebensaufgabe ja kann man bei dir da auch Hilfe bekommen oder wie machst du das wie unterstützt du die Menschen die nicht wissen was ihre Lebensaufgabe ist ja die Seele in der Seele steht ja die Lebensaufgabe da willst du also sagen du hast einen besseren Zugang zur Seele der anderen als der selber ja das mag sein das mag sein weil er nicht weiß wo die Seele ist weil er nicht weiß was man damit machen kann kann er Bücher lesen also günstiger an Wissen kommt man nicht es gibt vieles auf meiner Webseite kostenlos zum runterladen tun muss das jeder selber aber du kannst dich verbinden mit der Seele du kannst die Seele berühren du spürst die Seele wenn du die Hände nach oben gleitest du kannst über das Herz die Seele fühlen das Herz ist das Tor zur Seele ich mache jeden Freitagabend lege ich meine Hand auf mein Herz und fühle mich bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht bin ich zu schnell unterwegs bin ich wieder beeinflusst von irgendwo außen und das ist ganz wichtig dass wir in unserem eigenen Tempo gehen dann spüre ich den Lebenssinn dann spüre ich den Zugang zur Seele dann spüre ich plötzlich was ich will das heißt es geht also nicht schneller wenn ich renne es kommt darauf an wenn du einen 100 Meter Sprint machen musst dann schon aber wenn du dein Leben leben musst dann hast du dein eigenes Tempo und viele Menschen möchten so sein wie die anderen sind kopieren keine Originale und gehen in einem Tempo das sie antrainiert haben das aber nicht das eigene Tempo ist das ist wie ein Wirbelsturm der draußen wirbelst und in der Mitte des Wirbelsturms ist das Tigerauge ganz ruhig und dort ist dein wahrer Kern dort musst du hin dort spürst du dich dort hast du dein volles Potenzial also direkt aus dem Zentrum handeln ja eigentlich genau klingt alles sehr spannend ich kann mir aber trotzdem vorstellen dass jetzt der eine und andere denkt ja das ist einfach ein Mentaltrainer was unterscheidet dich vom durchschnittlichen Mentaltrainer also Mentaltrainer gibt vermutlich ich weiß nicht so genau wie das der macht Übungen um mental stark zu sein dass er seine Ziele erreicht das ist sehr wertvoll sicherlich für den Sport für das Geschäft für das Business und so weiter erstes Buch jenseits der Logik super ich gehe einen Schritt weiter und sage was kannst du mit den Energien um dich machen du hast eine Aura die Aura kann man fühlen die kann man lesen die kann man beeinflussen die muss man reinigen stärken der Körper ist beseelt da gibt es Energien die musst du nutzen für dein Leben dann hast du ein leichteres Leben die Chakren haben wir heute noch nicht erwähnt die Chakren kannst du öffnen schließen ich kann die mental öffnen bei dir oder schließen wenn du nicht weißt dass du die hast bist du Opfer wenn du weißt dass du sie hast bist du Macher es gibt so gewisse Sachen die müssen wir einfach wissen viele wissen sie ja nicht weil das lernen wir ja nicht in der Schule und wenn wir Thematiken wissen für unser Leben können wir viel mehr machen ein Mentaltrainer das heißt also macht für Ziele erreichen in der Zukunft ich finde wir haben die Möglichkeit auch für das jetzt sehr viel zu tun und die Energien zu lesen und das würde ich befähigen ein Mentaltrainer liest wahrscheinlich keine Seelen weil da musst du dich tief entspannen um zu lesen und unbewusste Gedanken das soll ja helfen auch Ziele zu erreichen aber Ziele die das Herz will das heißt du begleitest die Menschen eigentlich vom Opferbewusstsein ins Schöpferbewusstsein ich befähige sie vielleicht schubse sie an ich bin nur ein Wasserhahn ja ich bin nicht die Quelle ich bin nur ein Wasserhahn der vielleicht ein bisschen die Energie verstärkt aber wenn der Wasserhahn das Gefühl hat er sei die Quelle ist er größenwahnsinnig und jeder ist sein eigener Meister jeder ist sein eigener Guru und ich stoße nur ein bisschen an damit es dem Leben ringer geht ich nehme vielleicht was weg oder löse was damit er es Ringer hat und dass der Selbstheilungsprozess schnell heilen kann oder angeschossen werden kann genau ja das ist alles wirklich spannend ich muss mal deine Bücher genau studieren es kommt mir sehr vieles auch bekannt vor das glaube ich dir und ich glaube es hat schon was wenn man selbstständig forscht kommt man oft auch auf ähnliche Ergebnisse ja es geht um das Bewusstsein dein Thema es geht um in der Freiheit leben und ich glaube schlussendlich wollen wir das alle ein Baum ein Baum wächst einfach für sich eine Blume blüht für sich und nicht für uns und ich denke wir sollen alle mehr für uns blühen dann stecken wir diese Freude auch an und können flächendeckend die ganze Welt infizieren mit Freude und Glück und das ist ganz wichtig das ist die Botschaft für uns alle ja ich kann nicht widersprechen bin ich froh da wir ja in einem Interview sind sollten wir die Chance nutzen nämlich gibt es irgendeine Frage die du noch nie gestellt bekommen hast in einem Interview und gerne mal beantworten würdest eine Frage die ich noch nie bekommen habe in einem Interview diese Frage die habe ich noch nie erhalten in einem Interview nein ja dann was ist dein Lieblingswitz mein Lieblingswitz von meiner Tochter wir hören gut hier gut meine Tochter also wenn er sendefähig ist sendefähig ist sendefähig meine Tochter sagte folgendes es gehen zwei Zarstocher durch den Wald und treffen einen Igel dann sagt eine Zarstocher zum anderen ich wusste gar nicht dass es hier einen Bus hat ist süß oder? ja ist süß wir mussten lachen ist herrlich Kinderwitze sind sowieso auch nur deswegen süß weil sie sie manchmal erzählen ohne sie selber zu verstehen ja den verstehen sie zwar jetzt aber ja Kinder was sind Kinder für dich? Vorbilder ich kann viel von meinen Kindern lernen das ist unglaublich das sind wahre Vorbilder Kinder lachen 300 Mal am Tag wir Erwachsene etwa 15 Mal ich kann also von Kindern lernen zu lachen Kinder leben im Jetzt Kinder sind Könige Kinder haben so ein tolles Denken die wissen was sie wollen und wir Erwachsene haben wir kennen das alles wir waren alle mal Kinder und das finde ich ich kann so viel von Kindern lernen und ich habe drei davon und ich kann täglich lernen und meine Tochter ist eine super Prinzessin sie kommt nach Hause schmeißt die Jacke am Boden und sagt Papa kannst du aufräumen sie hat sogar Personal weil ich hänge die Jacke dann auf natürlich das ist klasse und ich tue alles für meine Tochter und das ist man muss schon gucken die Kinder sind unsere Zukunft und das ist wichtig auch für uns ja und das ist eine Mission da können wir was mitgeben auch für die Erde das ist schlussendlich ganz wichtig und jetzt bist du eigentlich schon am ich will jetzt nicht sagen am Höhepunkt das wäre vermessen aber du bist schon sehr erfolgreich hast vermutlich auch in deinem Leben mittlerweile alles wie du es dir auch gewünscht hast trotzdem verfolgst du eine grössere Vision was ist deine Vision genau was ist meine Vision also meine mein Seelenauftrag ist den Menschen den Seelenauftrag zu vermitteln die Bestimmung zu finden die Blockaden zu lösen die Ziele zu erreichen und ich glaube meine Mission ist den Menschen extremst einfache Tools zu vermitteln damit sie in Freiheit leben können damit sie auf ihr Herz hören können damit wir auch in Zukunft uns selbstständig bewegen können unabhängig was draussen passiert und dass wir unserer Erde Sorge tragen können weil unsere Erde ist unsere Zukunft da denke ich wieder an meine Kinder und wenn wir beseelt sind und an Reinkarnation glauben um die Wiedergeburt dann wissen wir dass wir wieder kommen und eigentlich ist es wichtig dass wir einen solchen Gedankenimpuls aufschnappen und sagen ui wenn ich ja wieder komme dann ist es wichtig dass unsere Erde dann noch heil ist und das ist meine Mission das heißt dass wir Blockaden lösen und achtsam umgehen also tiefe Einsichten ergeben gute Aussichten sozusagen das kann man sagen ja ja Bruno vielen Dank bis dahin wir kommen so langsam zum Ende unseres spannenden Gespräches und vielleicht weißt du das schon wir haben am Schluss immer so ein paar Satzanfänge ok wo ich meine Gäste bitte spontan einfach das zu sagen die Sätze zu vervollständigen was ihnen gerade in den Sinn kommt bin ich gespannt dann ready ready ich bin ich bin der der ich bin ich glaube ich glaube dass wir Menschen zu viel mehr fähig sind als wir glauben Gedanken sind Gedanken sind Gedanken sind Anstoße für das Unmögliche das Leben ist schön Vertrauen heißt Vertrauen heißt Vertrauen heißt dass ich mich hingeben kann Freiheit ist Freiheit ist das Lebenselixier Angst ist Angst ist ich muss hinschauen sagte der Meister bei der Angst Erfolg ist Erfolg ist etwas was erfolgt wenn ich etwas tue und ich muss nur für mich erfolgreich sein Gott ist Gott ist Gott ist ein Name für eine Quelle die wir nicht erklären können die wir aber alle fühlen Spiritualität ist etwas sehr wichtiges für unser Leben die Menschen sind die Menschen sind die Menschen sind Geschöpf Gottes Geschöpf der Quelle Beseelte Menschen meine Frau ist meine Traumfrau das wird sie gerne hören natürlich ja weil sie weiß ja dass du ein ehrlicher Mensch bist oder sie fühlt sie auch ja sie weiß es ja sonst wäre sie schon längstens genau weg 15 Jahre ah super 15 Jahre ehrlich Parallelen ja Liebe ist Liebe ist wunderschön Liebe muss man sich hingeben Liebe ist unbeschreiblich Angenommen du könntest eine Botschaft nur eine aber dafür an die ganze Menschheit richten was wäre deine Botschaft ok die Botschaft an die Menschheit ist immer an sich zu glauben immer wieder aufzustehen zu fühlen bin ich auf dem richtigen Weg und einfach weitergehen an das unmögliche Glauben mit der Seele Kontakt aufnehmen und zu wissen du bist nie allein ja vielen Dank für diese schönen Schlussworte danke danke dir Bruno also das hat richtig Spaß gemacht hätte es noch stundenweise jetzt würde ich eigentlich dann drehen dich dann beginnen zu interviewen das wäre sicher sehr spannend ja gibt es vermutlich schon gibt es schon da und dort aber natürlich mit ganz anderen Menschen und Hintergrund aber wer weiß was noch alles kommt ich meine wir können es uns ja mal erschaffen in der Zwischenzeit liebe Zuschauer wünsche ich euch ein erfolgreiches Leben im Sinne von Bruno Erni geht den Weg eures Herzens und vergesst nicht wenn es euch gefallen hat wieder einzuschalten wenn es zum nächsten Mal heißt willkommen bei Free Spirit TV dem Sender jenseits des Mainstreams im Sinne im Sinne im Sinne im Sinne im Sinne